hallo freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge die american truck simulator und ja selbstständiger fahrer gesucht gucken wir mal in die e-mails rein da würde ich einmal ganz kurz reinschauen denn wir haben von coastline mining sortleck city sind sie einer beruflichen veränderung interessiert für eine große zahl an auslieferungen suchen wir fähige fahrer mit eigenem lkw wir bieten überzeugende frachten von bis zu 11.100 dollar pro auftrag sollten sie über ein eigenes fahrzeug verfügen wenden sich bitte direkt an unseren beladestation in sortleck city coastline mining sortleck city ja gut wir haben noch keinen eigenen eigenen lkw aber wir müssen erst mal noch mit den schnellaufträgen liebäugeln das heißt wir gucken einfach mal was wir hier so bekommen das sieht doch ganz gut aus siliziumoxid von sortleck city unserer heimat base nach elko oder ah hier butter butter von elko nach ontario muss man die musik müssen ein bisschen leiser machen so würde ich sagen den auftrag nehmen wir an und dann geht es doch schon los habe schon länger jetzt nicht mehr gefahren also und ich nehme gerade auf mit einem neuen filter also jetzt nicht aufnahme mäßig sondern ihr merkt es nicht sondern ich habe auch ein monitoring jetzt an dass dass ich mich selber höre ist ungewohnt wenn man die ganze zeit halt die ganze zeit halt ohne monitoring aufgenommen und gestreamt hat ist das sehr ungewöhnlich so wir gucken uns das teil mal an wie das aussieht die butter ach du heiliger moin moin dieter wieder on the road aber das machen wir doch alexa ich glaube alexa was gelesen oder so da ist die ausfahrt dann wollen wir mal attacke zu last kraftwagen fahrer mother fucker dieter wieder on the road again so blinker setzen dann geht es schon los da sehe ich jetzt nicht so viel das blöd aber ich taste mich langsam vor irgendeiner wird mich schon raus lassen so dann probieren wir mal das sieht doch gut aus so also sind wir schon wieder on the road again ach mist jetzt habe ich 60 fps an wollte ich eigentlich ausgemacht haben da ich ja bei chernobyl light 60 fps an hatte weil das ja ein shooter ist oder beziehungsweise so ein ego perspektiven spiel naja gut egal aber die folgen werden halt immer größer auch von der von der speicherzahl her glaube ich bin bei knapp halbe stunde 15 16 gigabyte ist schon schon eine menge also kann sich schon sehen lassen ja gut dann würde ich sagen machen uns auf den weg mit unserem zu gucken ansicht war oben oder ja mit unserem long vehicle das sieht ganz gut aus da rufe ich doch gleich mal das kraftwagen fahrer mother fucker so ach ja schön so so ich hoffe ich fahre nirgendwo gegen so das sieht doch gut aus ja wann folge eins und zwei leider viel 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 stau gehabt ähm ich muss mal gucken vielleicht nehme ich die mod noch mal raus die terrific mod äh nicht dass mir das am ende zum verhängnis wird weil hier ist schon endlich viel los muss ich mal gucken weil ich möchte ja nicht übertreiben mal gucken vielleicht in der nächsten folge nehme ich das raus oder so mal schauen so ach richtig schönes wetter also ne gut bei uns wird es natürlich auch mittlerweile richtig schön wir gehen da jetzt auf ende april zu hm mein geburtstag hm 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 und äh ja deswegen also äh eigentlich ist immer wenn ich geburtstag habe eigentlich immer schön wetter muss ich sagen achso jetzt wollte ich nochmal eben was gucken sorry warte mal eben äh wie ging das nochmal nein 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 man konnte irgendwie den sitz einstellen nein hier so warte mal sitz einstellen mal ein bisschen weiter zurück äh so obwohl das jetzt nicht viel bringt weil wir nicht einen eigenen lkw haben so und dann geht's weiter ach schön ja wenn das mal tatsächlich so entspannt auch im echten leben wäre so mit dem lkw zu cruisen ich kann euch da ein paar sachen erzählen also im echten leben ist es tatsächlich sehr sehr anstrengend mittlerweile geworden beziehungsweise ich fahre ja noch nicht äh noch nicht so lange ähm aber das was ich schon gefahren bin muss ich sagen war teilweise sehr sehr anstrengend weil du halt mit ja mit der dummheit der anderen fahrer natürlich rechnen musst und teilweise auch äh ja mitdenken muss mit anderen wie die fahrenden du musst halt sehr vorausschauend fahren äh ich meine muss man pkw auch klar also ich rede jetzt im allgemeinen nicht nur im lkw sondern auch pkw mäßig und äh aber ja das ist halt es ist sehr sehr schwer geworden finde ich auch als als pkw fahrer man merkt es jeder ist sehr sehr gereizt und gestresst und 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 jeder will sein recht durchsetzen und äh ja das äh ja hier ist nur 45 ja dann fahren wir doch mal 55 so ähm ne und jetzt musst du noch dabei bedenken wenn du jetzt pkw fahrer bist dann ist ja das ist ja eigentlich entspannt weil du ja äh ja nur nach a nach b fährst klar es gibt welche die eigentlich auch beruflich mit dem auto unterwegs sind natürlich möchte ich nicht abstreiten ähm aber äh beim lkw hast du natürlich noch ein bisschen mehr so diesen ja diesen zeitdruck möchte ich jetzt nicht nennen aber ja hast du ähm aber du willst natürlich pünktlich ankommen und ne du musst auf deine pause achten und so was du ja was du ja beim äh oh da war ein kaputtes auto ähm was du ja beim pkw nicht hast du kannst ja im pkw kannst du ja wenn du lustig bist keine ahnung 48 stunden 24 stunden et cetera attacke durch und ja ich weiß 48 plus 2 ja ja ich weiß ähm ist ein insider für die die es nicht wissen schaut auf twitch ein clip der heißt 48 plus 2 ähm nein aber da ist ja egal aber als lkw fahrer hast du ja deine fahrerkarte die du sauber halten musst äh ja wo du halt viereinhalb stunden fahren darfst am stück und danach musst du eine 45 minuten pause machen so sieht das gesetz ist vor ja wer sich nicht dran hält hat längzeitverstoß das kann richtig teuer werden und ähm ja aber also es soll so aussehen viereinhalb stunden fahren 45 minuten pause und danach nochmal viereinhalb stunden fahren und dann nochmal 45 minuten pause und wenn du kannst kannst du nochmal eine stunde dann aber äh ja die realität sieht ein bisschen anders aus äh machen wir uns nichts vor die parkplätze sind überfüllt und äh ja das ist alles alles nicht so schön das macht alles keinen spaß deswegen also ich hab ein jahr lang tatsächlich fernverkehr gemacht ähm war in berlin in münchen also quasi fast also nur in deutschland ich war einmal tatsächlich in italien aber nur ganz ganz kurz über die grenze gefahren und äh oder war das frankreich ich weiß mir jetzt gar nicht ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher ne ich glaub Frankreich oder bin mir jetzt nicht sicher auf jeden fall aber nur ganz kurz weil ich wirklich auch verfahren hatte äh eigentlich sollte ich da nicht sein äh aber naja ähm und genau da bin ich halt auch durchs durchs land gereist halt hab auch im lkw übernachtet es war es war cool ja du musstest halt dich auch um viele sachen selbst kümmern ne du musst halt Lebensmittel immer am Anfang der Woche einkaufen oder oder am Wochenende mhm und ja du bist so dein dein eigener Herr kann man sagen ne also du du fährst halt kriegst da per Telefon die Aufträge und kriegst die Papiere dann bei der bei der Verladefirma und äh ja dann ab auf die Bahn und dann geht's los und nimmst du alles mit und dann bist du da bist dauert es ein bisschen kann sein dass du zwischendurch nochmal übernachten musst weil vielleicht wie gesagt mit der Längenzeit das nicht passt oder so äh oder du musst halt keine Ahnung wegen der Arbeitszeit vielleicht äh Feierabend machen kann ja alles passieren und das war eigentlich schön weil du hast halt immer immer zwischendurch halt so was gesehen vom vom von der Welt das ist ganz toll ähm ja Nachteil also wenn du Familie hast kannst du es vergessen weil das bringt nichts es gibt dann manchmal auch kurze Wochenenden nicht bei jeder Firma das ne es mag sein ähm aber bei den Firmen wo ich auf jeden Fall war war es tatsächlich so gewesen da hast du dann wenn du Glück hattest Freitagabend Feierabend wenn du ganz großes Pech hast äh hattest dann Samstagmorgen ja und dann war ja eigentlich schon das Wochenende vorbei weil dann äh ja war der Drop schon gelutscht fürs Wochenende da war es natürlich nicht ausgeruht das war ja nicht schön muss man sagen ne ja ja mit der Zeit halt wächst man in den Beruf rein also empfand ich so ich hätte nie gedacht dass ich das äh dass ich das hin bekomme so selbstständig dann LKW fahren und tralala und halt dann im im Fernverkehr überleben weil er ist ja quasi man kann schon sagen das ist schon so ein bisschen so ein Überlebenskampf und äh ja das äh wie gesagt es waren coole Zeiten dabei ja die haben auch Spaß gemacht und alles und äh das war toll zu erleben aber irgendwann war doch der Zeitpunkt bei mir angekommen wo ich dann gesagt habe nach einem Jahr ne das boah das auf Dauer ne ich bin eher so ein Mensch ich bin gerne zu Hause so da musst du geboren sein für diesen Fernverkehr musst du wirklich geboren sein und Familie kannst du eigentlich vergessen also klar es gibt welche die da Familie bei haben ja möchte ich nicht abstreiten äh mag auch alles klappen warum nicht aber es zerrt an den Nerven also wenn du da nicht rein geboren wirst in den Beruf oder rein wächst dann glaube ich bist du da fehl am Platz ja mittlerweile fahr ich ja dann nur noch im Nahverkehr also quasi Tagestouren oder so wo du halt morgens anfängst nachmittags Feierabend und so und äh ja beim aktuellen Geschehnissen bei mir privat ist es so dass da neue Fahrzeuge wohl kommen ähm und die LKWs sind noch nicht da das dauert noch ein bisschen also aktuell habe ich Pause ich bin jetzt länger schon nicht mehr gefahren das äh aber gut man verlernt es nicht es ist wie es ist wie Fahrradfahren kann man sagen im Prinzip ist ja LKW fahren wie wie Autofahren nur größer du musst halt so größer denken ne also schwer ist es nicht eigentlich ich habe es gemacht weil ich Spaß dran hatte ich mochte schon früher LKW ich habe ja auch Karosserie und Fahrzeugbau so gemacht früher Ausbildung und äh ja das hat mir sehr viel Spaß gemacht ich habe quasi die die LKWs gebaut und äh ja das war schon immer irgendwie so der Gedanke irgendwann mal so ein Ding zu fahren klar jetzt nicht so einen amerikanischen einen europäischen und ja hat ja ganz gut geklappt also bisher ne ja klar gab es auch auch möchte ich nicht abstreiten natürlich gab es auch Scheißzeiten wie es immer so ist äh jetzt muss ich gucken wo war Licht an da so schon mal Licht an machen weil um irgendwann gibt es Strafe ab einer gewissen Uhrzeit ich weiß nicht wann wenn man ohne Licht fährt äh ist ja richtig so ne wie gesagt es gab auch Scheißzeiten das war also wo du dann auch gesagt hast Leute das was mit euch los ne ich habe jetzt die Karte voll und irgendwann ist auch mal Sense im Gelände ne also die Fahrzeit halt voll aber einige ja denen hat das auch nicht interessiert denen war das auch im Prinzip war das auch egal aber mir dann nicht dann habe ich mir halt was anderes gesucht und fertig oh Car Wash cool so wir haben Grün wir sind schon ne Weile unterwegs macht Spaß richtig cool so oh da ist auch richtig viel Stau da drüben naja besser drüben wie hier ne ja ja und ich bin echt mal gespannt wohin die Reise mit dem American Truck Simulator so geht denn der hat ja jetzt auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und genau wie der genau wie der Euro Truck Simulator aber die werden halt immer noch mit äh äh tatsächlich immer noch mit Updates unterstützt was ich sehr sehr cool finde ne und hier das das Licht Update und hier wie das jetzt aussieht alles sieht halt echt viel viel schöner aus und das ist keine Grafik Mod das ist jetzt vom vom Entwickler äh quasi einfach per Update veröffentlicht worden und das finde ich sehr schön das hat trotzdem immer noch dran gedacht geht und so das ist natürlich super also nicht einfach irgendwie ja wir hauen DLCs raus äh und fertig hier hast du sondern wir arbeiten noch dran das noch hübscher zu machen und so das ist doch ganz toll oh da was ist da ne Demo Corona Demo oder was naja achja ich war auch im Erlegen ob ich das Format hier quasi so ein bisschen so ne Hommage an ob das also das das Let's Play hier ob das so ne leichte Hommage an ähm ah wie hieß es denn noch äh was ich früher gemacht hatte mit den mit den Playstation 4 Buddies ah wie hieß denn noch das war mit The Crew Boxenstop genau dass das hier quasi so ein ja so ein so ne Hommage so ne Hommage an an Boxenstopp wird so wir quatschen über Themen ne die die Welt bewegt und fahren dabei so ein bisschen durch die Gegend ich hab jetzt natürlich keinen Gesprächspartner dabei aber vielleicht lässt sich da mal was einrichten oder so dass da vielleicht Leute mal im Discord kommen bis sie sich unterhalten wollen oder sowas oder mal gucken oder vielleicht vielleicht mach ich das auch einzeln weil damals war es ja wie gesagt so gewesen da hab ich das äh also wir haben The Crew gespielt The Crew 2 und The Crew 1 glaube ich war es mal Crew 1 ne 1 oder oder war es 2 ich weiß jetzt gar nicht mehr bin mir jetzt nicht mehr sicher auf jeden Fall äh das das entstand aus so ner völlig ja nicht blöden Idee sondern einfach völlig so ner Idee wir haben einfach wir sind einfach gefahren und haben gequatscht bei The Crew weil bei The Crew kannst du ja die kompletten Vereinigten Staaten fahren also komplett die USA nicht 1 zu 1 aber halt schon riesig du kannst nach New York du kannst nach Chicago fahren ähm nach Miami nach Los Angeles nach Las Vegas alles kannst du einfach hinfahren hinfliegen mittlerweile nicht glaub nicht glaub Teil 1 war es gewesen meine ich naja auf jeden Fall sind wir dann los gefahren ich glaub mit 3 Mann war es immer ja später glaub ich sogar einmal mit 4 und dann haben wir gequatscht über Themen damals war es zum Beispiel Playstation Plus die Spiele äh ist es gerechtfertigt der Preis und solche Sachen und äh ja und dann irgendwann hab ich gesagt ey wisst ihr was wir nehmen das einfach mal auf für YouTube und da waren auch alle hellauf begeistert ich hab das dann aufgenommen und dann ne sind wir dann quasi äh losgefahren haben uns ne Route ausgesucht vorher und wenn wir angekommen sind waren wir dann quasi fertig und dann ging es dann irgendwann in der nächsten Folge weiter das äh ja das war Boxenstopp das gibt es übrigens noch hier auf dem Channel falls ihr da mal Interesse habt das nochmal zu gucken äh einfach mal äh bei mir auf der YouTube Seite natürlich hier auf dem Channel mhm ist doch klar äh Eigenwerbung ähm einfach ich glaub bei der Lupe geht das auch da könnt ihr glaub ich hier Boxenstopp suchen ähm einfach mal schauen das war ne schöne Zeit die möchte ich nicht missen die war echt cool das war oh jetzt hab ich ach ich bin so doof jetzt hab ich aus Versehen die Feststellbremse gezogen vom LKW also die Kantbremse quasi und wollte doch eigentlich den Tempomat anmachen naja gut äh ne und ja da war halt äh viele Themen dabei also auch wir hatten glaub ich damals auch so diese ich mein Kinderserien oder so von früher was es alles gab und ganz ganz viele weitere Themen das war war sehr cool hat Spaß gemacht ne äh ja das war richtig cool und deswegen dachte ich vielleicht so so eine kleine Hommage so hier das Spiel weil ne klar wir fahren durch die Gegend und äh quatschen so ein bisschen könnte man so ein bisschen machen ne und dann suche ich mir fürs nächste Mal so ein paar Themen raus die wir mal bequatschen und äh und dann schauen wir mal wo es hinführt einfach einfach ohne irgendein Hintergedanke einfach entspannt drauf losblubbeln und fertig ne kann ja nicht kann ja nicht verkehrt sein ne denn wie gesagt es gibt ja viele Themen die die einigen einige bewegen ne aktuell sowieso ne dieses Corona-Thema eigentlich das möchte ich eigentlich hier gar nicht so ansprechen denn es wird ja oft genug thematisiert und jeder hat dazu natürlich seine Meinung und klar ne äh aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen soll ich euch ganz ehrlich was sagen ich bin froh wenn wir die ganze Scheiße endlich hinter uns haben endlich hinter uns denn ihr geht das auch tierisch auf den Keks nichts kannst du machen du hockst nur zu Hause ich mein für uns Gamer ideal ist nichts neues kennen wir schon für andere natürlich ärgerlich und äh blöd wenn du zum Beispiel so ein so ein eigenes Unternehmen hast und so klar kann ich natürlich voll und ganz nachvollziehen äh aber wenn wir doch zusammen halten und uns alle dran halten dann haben wir das doch äh schneller hinter uns als äh schneller hinter uns als als wir als was Liebe ist als uns das Liebe ist einfach so also so denke ich na schützt euch und die anderen und äh oh was macht er hier oh was macht er denn hier was was ist hier los was was soll denn das äh ja achso die Spur fällt weg ja Junge da musst du mal fahren so nein aber ähm jetzt thematisiere ich das doch schon in der ersten Folge oder in der inoffiziellen Hommage an Boxenstop Folge ähm ja aber äh was soll ich sagen ne das äh ja ja das Corona Thema es ist leidig nervig ich weiß dann die ganzen Zahlen die man immer jeden Tag an den Kopf geworfen bekommt ja also ich bin froh für mich persönlich wenn wir es alles hinter uns lassen bald und alles geschafft haben ich hoffe es nimmt bald ein Ende und das wäre schön für uns alle dass wir endlich in Ruhe endlich wieder Dinge tun können draußen in der freien Natur in der Wildnis äh die uns wichtig sind die uns lieb sind natürlich auch Leute zu umarmen die wir schon lange nicht mehr umarmt haben und äh ja besuchen dürfen die uns wichtig sind die wir schon lange nicht mehr besucht haben das das fehlt einfach und das wird Zeit dass das endlich einen ändert dass wir endlich endlich äh quasi ja das los starten können so Ontario erster Aufenthalt ich glaube wir müssen abfahren aber hinten glaube ich nehmen sie die ausfahrt auf der rechten straßenseite wir sind da das ist ja praktisch guck mal nehmen sie die ausfahrt auf der rechten straßenseite jo machen wir doch hooo so da wäre ich fast zu schnell in ne kurve gewesen so la 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 oh gucken okay der droht noch so ne aber wie gesagt es wird Zeit dass wir unsere Liebsten endlich wieder in den Arme nehmen können und äh ja endlich wieder Treffen möglich ist mit mit Freunden Verwandten Bekannten etc es wird Zeit so jetzt sehe ich die Ampel nicht das ist blöd äh Ampel? habe ich grün? muss ich mal so gucken so la 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 aber wie gesagt eigentlich falsche Plattformen dafür genau wie auf Twitch auch immer ich sag immer wieder ähm ja solche Themen gehören nicht auf so Gaming Plattformen und so ich find weiß nicht ich mein klar Twitch ist mittlerweile ja auch nicht nur ne Gaming Plattform da wird ja mittlerweile ja auch gekocht und äh andere Dinge Farming gezeigt und so äh ja aber ja meiner Meinung nach gehört sowas woanders thematisiert ne deswegen so da wären wir da und genau eine halbe Stunde jetzt in der Folge das passt doch das ist doch super sehr schön so stelle ich mir das vor eine schöne gemütliche Tour mit Musik mit schöner Trucker Musik schöne Tour von nachmittags bis abends und Feierabend jetzt gleich bei Global Mills sie haben das Ziel erreicht jo hallo da geht die Schranke schon offen guck mal an so wo willst du hin haben? hier da da oben da müssen wir links rum fahren einmal ums Gebäude das scheint achso das scheint tatsächlich eine größere Firma zu sein ne? wir liefern ja Butter ist ja gekühlt so dann wollen wir mal rum mh ich muss die Lenkempfindlichkeit mal einstellen nochmal jetzt müssen wir hier bei der Pforte nochmal kurz anhalten so moin George grüß dich hör mal ich bring euch Buddha ne? Buddha Buddha aus Kalkutta weißt du doch du so ach ja ist das schön so Buddha aus Kalkutta gut nix los hier doch da guck mal da sind noch meine Trucker Kollegen sehr schön so da ist unser Parkplatz sehr schön da blinkt er schon dann parken wir ihn mal ein so so ab die Buddha aus Kalkutta so und dann hätten wir es eigentlich jetzt geschafft sehr schön so absatteln juhu ausgezeichnet und ach guck mal 555 EP was ne Schnapstal erstmal ein Schnäpschen gönnen zum Feierabend so 6486 Dollar und wir haben wieder ein ein Fähigkeitspunkt ich würde tatsächlich auf hochwertige Fracht gehen und ja das soll's gewesen sein mit dieser Folge ich bedanke mich fürs Zusehen und würde mich freuen wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen bei einer weiteren Tour mit Dieter Donnerlunte also macht's gut tschüss